Einen wunderschönen guten Morgen von zu Hause. Heute ist mein erster Tag im Homeoffice. Ich bin fit. Ich kommuniziere mit den Kollegen über Teams, über Outlook, per Telefon. Der Handyakku ist geladen. Und wir machen uns gerade Gedanken, wie wir unsere Mitglieder bestmöglich unterstützen können. Wenn Sie Ideen haben, wie wir sie unterstützen können, senden Sie diese Ideen gerne an Ihren ASEF-Ansprechpartner. Sonnige Grüße aus dem ASEF Homeoffice. Viele Grüße aus dem ASEF Homeoffice. Heute mit doppelter Kraft. Hi, ich bin die Marlena. Ich unterstütze das Veranstaltungsmanagement und kümmere mich um die Webinare. Hallo, ich bin's, euer Gernot. Das Controlling ist ebenfalls mobil unterwegs. Heute extra mit Verstärkung. Und jetzt geht's an die große To-Do-Liste. Ein Gruß aus der freiblichen Quarantäne. Auch in dieser herausfordernden Zeit bleibt die ASEF an ihrer Seite. Ich wünsche allen einen guten Start in den Tag.